Pleiten, Pech und Pannen. Heute gibt es Infotainment pur. Ich präsentiere euch drei der größten Flops in meiner über 20-jährigen Karriere als Investor. Bleibt bitte bis zum Ende des Videos bis zum Fazit dran, da euch ansonsten möglicherweise das Investieren in Aktien abgewöhnen werdet. Und das ist nicht Ziel des Videos. Denn bei uns geht es ja ums langfristige investieren in Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Qualitätsaktien muss ich jetzt nochmal betonen, weil das geht nicht unbedingt, wenigstens nicht unbedingt aus den ersten zwei Aktien draus hervor, die ich euch hier zeigen werde. Naja, jetzt viel Spaß mit meinen Flops. Mein Name ist Thorsten Tiet, Vorständigkeit halber noch. Die erste Aktie wäre hier Wirecard. Die habe ich extra für euch reaktiviert aus dem Aktienfinder. Die könntet ihr nicht mehr kaufen, selbst wenn ihr das wolltet. Wirecard, eine Erfolgsgeschichte der deutschen Börse. Endlich mal wieder ein großes deutsches Unternehmen, Technologieunternehmen, das zeigt, was Deutschland kann. Nach SAP war im DAX und man sieht hier, dass wir da sehr hohe Renditen erzielt haben. Mit der Aktie ist es deutlich gestiegen. Hier von unter 5 Euro hier 2009 bis dann hier an die knapp 200 Euro rangekommen, bis dann eines Tages herauskam. Es fehlen 1,9 Milliarden Euro. Da gibt es Luftbuchungen, da war Betrug im Spiel, Bilanzbetrug. Der größte Bilanzskandal in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, wie ich meine. Und ich war mit dabei. Ich habe immer mal wieder die Aktie gekauft, verkauft, auch im Rahmen von Optionshandel. Die Prämie war schon hoch, weil es gab ja die Financial Times. Die haben immer wieder gesagt, da stimmt was nicht. Aber am Ende hat sich das dann noch nie richtig so materialisiert. Und was die Wirtschaftsprüfer, also Ernst & Young, dann in dem Fall gemacht haben, sie haben immer wieder nett die Zahlen geprüft und attestiert. Und ich war hier als Fundi, habe mir gesagt, das kann noch nicht sein, dass das hier alles ein Fake sein soll. Weil wir haben hier ja schon Milliarden Umsätze. Zweieinhalb Milliarden Umsätze hat man dann noch Ende 2019 gehabt schon. Mitte 2019 und stabile Margen. Sehr schöne Bilanz hier. Und das hat dann meine Vorstellungskraft einfach übersprengt, dass wir hier Wirtschaftsprüfer haben, die alles hier munter attestieren, Jahr für Jahr. Und weil ja auch schon die Financial Times was gesagt hat. Und die haben trotzdem weiter attestiert. Ich möchte jetzt nicht hier alles auf Ernst & Young schieben. Ich war natürlich auch ein bisschen gierig über die hohe Prämie, die natürlich nicht, wie man es auch am Ende gesehen hat, für umsonst zu hoch gewesen ist. Und was ich dann am Ende gemacht hatte, ich hatte hier, hast du mir auch noch aufgeschrieben bzw. geschaut. Hier hatte ich mir 200 Wirecard ins Depot gelegt gehabt. Hier zu dem Kurs von knapp 86 Euro am 12.03. Und dann ist die Aktie auch zwischenzeitlich deutlich gestiegen auf über 140 Euro. Und dann wurde der Betrug aufgedeckt und dann ist die Aktie gefallen, gefallen, gefallen. Am 22.06. als wirklich klar war, das ist Betrug, habe ich mich dann dazu entschlossen, die Aktie zu verkaufen, die Verluste zu realisieren. Das waren dann 83% Verluste, die ich damit gemacht habe. Habe dann auch ein Video gedreht über Wirecard nochmal abschließend mit dem Titel, wenn ich mich richtig erinnere, Wirecard voll in die Fresse. Und ich glaube, das hat das Ganze dann auch, ja, der Titel war dann auch recht treffend gewesen. Ich kenne dann immer noch Leute, die dann später sogar noch die Wirecard-Aktie gekauft haben, also entsprechend günstig optisch ausgesehen hat. Ich habe mich hier getrennt von den Aktien, hätte ich es nicht getan, hätte ich dann noch weitere Verluste gemacht, hier bis zum letzten Handelstag 96,5% von diesem Restbetrag quasi nochmal verloren, beziehungsweise alles verloren, ganz am Ende, weil die sind ja insolvent gegangen. So viel zu Wirecard, das wäre die erste Aktie. Dann habe ich gedacht, okay, wenn das in Deutschland so gefährlich ist zu investieren, gehen wir noch woanders hin, dann bin ich nach China. Das ist natürlich hier eine leichte Ironie. Und das war dann die Logan Group. Das ist ein Immobilien-Bauunternehmer. Und Hintergrund ist zweiermaßen. Das erste ist, ich hatte mich mit China wirklich beschäftigt, mit dem Markt, als es schon in Ungnade gefallen ist. Ich habe dann auch einen Artikel geschrieben, China, so hast du das Risiko im Griff oder so hast du den Markt im Griff. Und ich habe dann einige Dividendenaktien, einige chinesische Dividendenaktien gekauft, weil ich habe gesagt gehabt, keine ADRs, keine VIT. Das heißt nochmal Variable Interest Entity, glaube ich, so wie Tencent. Invest du nur in China-Aktien, in die hauptsächlich auch chinesische Investoren investieren. Möglichst wenig Umsätze im Ausland, vor allem in den USA. Also so ein paar Regeln quasi aufgeschrieben, wo ich finde, das macht Sinn. Und wenn du das machst, dann könnte das funktionieren. Und es hat auch funktioniert. Für einige Aktien war es wirklich gut. Also China Mobile, China Telekom, nach 100 Prozent dabei gewesen ist, CRSC Corporation, Eisenbahngesellschaft, alles gute Dividendenzahler gewesen. Ich habe dann am Ende, weil es alles ins Firmendepot ging, dann auch diese Aktien alle verkauft, weil ich ja gesagt hatte, ich mache keine Dividendenstrategie mehr, sondern gehe ich auch voll auf Kursgewinn im Firmendepot. Gibt auch ein Video dazu, noch relativ jung, was ich da gedreht habe, wo ich komplett das Firmendepot vorstelle. Bei anderen Aktien ging es daneben. Also Ping An habe ich verloren, Geld verloren, Hangar International habe ich Geld verloren, auch China Tourism Group, Duty Free, auch nicht funktioniert. Und die Logan Group war mit Abstand das Schlimmste. Die hätte ich gekauft gehabt, die Logan Group und noch einen anderen Immobilienfinanzierer, Bauunternehmer, China Resource Land. Warum habe ich die beiden gekauft gehabt, weil die Kommunistische Partei Chinas gesagt gehabt, im Rahmen der Immobilienkrise haben sie neue Restriktionen eingeführt für die Kreditvergabe. Man hat da auf die Bilanz geschaut und nur gesagt und die neue Kreditvergabe abhängig gemacht von der Gesundheit der Bilanz. Da gab es drei rote Linien, also drei fundamentale Ansprüche, was also eingehalten werden muss, damit die entsprechenden Unternehmen quasi aus dem vollen schöpfen können, beziehungsweise der Kreditvergabe. Und die Logan Group hat das eingehalten, genauso wie China Resource Land. Und China Resource Land, da war auch alles okay. Die habe ich am Ende auch mit Gewinn verkauft. Aber bei der Logan Group, da war dann ebenfalls, also ich nenne es jetzt mal Bilanzbetrug im Spiel. Man hat dann nämlich gezeigt, dass es waren um die eine Milliarde, glaube ich. Also es war ein relativ hoher Betrag, der nicht in den Bilanzen aufgetaucht ist und der erst später in den Bilanzen aufgetaucht ist. Und ich habe die Aktie gekauft gehabt, hier am 12.03., nee, hier habe ich es im Moment, am 13.10.2021. 13.10.2021, nee, ach herrje, 21.09.2021. Am 13.10.2021 habe ich die Aktie analysiert. So, am 13.10.2021, also hier habe ich die Aktie analysiert. Ich hatte aber sie schon etwas vorher gekauft, nämlich am 21.09.2021. Also wo war das? 21.09.2021 war hier, also bei diesem Zwischentief. Hier habe ich sie gekauft gehabt, kurz Zeit später habe ich sie analysiert und dann kam hier irgendwo, war dann klar, dass wir hier ein Problem haben. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Auf jeden Fall habe ich sie dann verkauft am 26.04.2021. Das war hier, und da hatte ich Glück gehabt, noch tatsächlich. Also ich habe sie verkauft mit fast 70% Verlust hier. Danach wurde sie vom Handel ausgesetzt, eine ganze Weile, das sieht man hier an diesem Strich da, da gab es keine neue Kursstellung mehr, als die Aktie dann wieder börsennotiert war, ist dann nochmal abgestürzt. Vorhin habe ich sie verkauft, dann bei 2.34 Hongkong-Dollar, also nochmal abgestürzt, direkt auf 90, also 0.9 Hongkong-Dollar, 0.32 und man ist jetzt wieder gestiegen auf fast 1 Hongkong-Dollar. Aber nichtsdestotrotz hier deutliche Verluste gemacht, ursprünglich gekauft hatte ich sie für 7 Hongkong-Dollar. Das war also im Prinzip auch Bilanzbetrug gewesen, bin ich auch wieder drauf reingefallen. Das waren meine zwei Erfahrungen quasi mit Bilanzbetrug und hier siehst du dann auch nochmal, wie schnell und massiv das Ganze sich verschlechtert hat. Ich habe noch ein, zwei richtig fette Dividenden direkt und dann, puff, war es weg. Man hat natürlich die Dividendenzahlung komplett eingestellt und jetzt siehst du hier, wie sich die Situation in jederlei Hinsicht rapide verschlechtert hat. Also es ist natürlich kein Investment. Wenn man jetzt in so eine Aktie investiert, ist es ein kompletter Zock. Ich weiß auch, dass einige Leute dann tatsächlich sich die Logan Group ins Depot geholt haben, auf mein Video hin und das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Ich hoffe, dass bei anderen Videos, beziehungsweise dann mit anderen Aktien, die vom Aktienfinder kamen, man das wieder rausgeholt hat und überkompensiert hat. Ja, dann die nächste Aktie. Das ist eine Aktie, da habe ich auch ein Video drüber gedreht und das wäre hier M3 aus China. Ist auch nicht so gut gelaufen. Ich habe die analysiert Anfang diesen Jahres. Du siehst also hier, dass die Aktie erst super gelaufen ist. Man hat also wirklich extrem hohe Kursgewinne damit eingefahren, wenn man langfristig dabei geblieben mehr und nach dem Höchstzeitpunkt verkauft. Hätte hier relativ willkürlich einen Zeitraum ausgewählt, über um die 20 Jahre 12.000%. Und du siehst aber die Aktie ist auch wieder stark abgegeben. Das ist auch mein Radar aufgetaucht. Und dann habe ich ein Video gemacht Anfang des Jahres am 9.1. Das war hier. Und hier war das. Da habe ich das Video gedreht. Und da erschien mir die Aktie schon attraktiv. Und seitdem ist die Aktie aber weitergefallen und hat hier dann insgesamt jetzt 38% Kursverlust erlitten, seitdem ich die Aktie analysiert habe. Hier muss ich jetzt sagen, ich habe die Aktie nicht gekauft. Die ist immer noch auf meiner Watchlist drauf. Da habe ich sie jetzt nicht gekauft. Aber ich wollte die mit aufnehmen, weil es ist auch einer meiner Flops, weil ich ja da eine Kaufempfehlung quasi. Also was heißt Kaufempfehlung? Ich sage immer, es ist verantwortlich. Keine Kauf und keine Verkaufsempfehlung. Aber ich war halt positiv eingestellt. Und natürlich hat sich der eine oder andere dann wahrscheinlich auch inspirieren lassen, sich die Aktie ins Depot zu legen. Ist an sich weiterhin ein solides Unternehmen. Hier ist kein Bilanzbetrug im Spiel. Man sieht aber, dass nach diesem Corona-Boost wir jetzt hier doch eine Durststrecke haben beim Gewinn. Die Dividenden erscheinen sicher gedeckt vom freien Cashflow, vom Gewinn. Und sie sollen auch noch weiter steigen. Die Dividendenrendite hier hat, je nach schwachen Kursentwicklung, sie ist jetzt auch nahe vom Allzeithoch mit 1,5%. Vorher war die teilweise so niedrig, dass sie unter 0,1% war. Sie sollte auch noch weiter steigen. Hier 2% dann April 2028. Aber was ist passiert? Beziehungsweise warum enttäuscht die Aktie? Wir haben hier mehrere Segmente. Es ist ein Gesundheitsdienstleister, der sehr breit aufgestellt ist, IT- bzw. Software aufhin ist. Und wir haben ja diese Medical-Plattform hier. Das ist das größte Segment, wo wir eine Online-Plattform haben mit sehr, sehr vielen, aber tausenden von Ärzten, die sich da informieren, die da auch Werbung ausgespielt bekommen. Es ist auch eine Werbeplattform, wo Pharmazie Hersteller quasi mit werben. Und das Werbegeschäft läuft nicht mehr so gut. Wo es auch nicht so gut läuft, ist Evidence Solution. Hier werden auch Pharma-Biotech-Hersteller unterstützt bei Studien für Zulassungen. Was sehr gut läuft, ist Site Evolution und Carrier Solution. Aber das reißt nicht raus. Und deshalb haben wir hier in Summe momentan noch leicht rückläufige Gewinne. Weil einfach, so fasse ich es mal zusammen, bei den Pharmakonzernen der Geldbeutel momentan so ein bisschen mehr geschlossen ist. Also sie geben momentan nicht so viel Geld aus. Und das ist eben jetzt ein Problem für M3. Wenn man sich jetzt die Multibus anschaut, dann sieht man, dass die Aktie, wann hatte ich sie nochmal analysiert? Anfang 9.01., 9.01.2024. Das war also hier. Da erschienen sie mir schon sehr, sehr günstig mit dem KGV von 35. Also war sie deutlich günstiger als in der Vergangenheit. Jetzt haben wir einen KGV von 25. Das ist nochmal deutlich gefallen. Jetzt gehe ich davon aus, dass der eine oder andere die Aktie wahrscheinlich vielleicht im Depot hat. Auch dank mir. Und da müssen wir auch gucken, was sollen wir damit machen? Ich habe mir das natürlich dann auch überlegt. Und für mich ist das eine Haltenposition tatsächlich. Weil an sich, die verdienen natürlich weiterhin Geld. Das sieht man ja auch ganz klar. Wir haben jetzt ein 25er Kurs-Gewinn-Verhältnis. Noch ist der Gewinn leicht rückläufig. Aber wenn sie es dann wieder hinkriegen, dass die Pharmaquelle wieder ein bisschen deutlicher sprudelt, dann hätten wir hier wieder 10% Wachstum. Und in dem 25er KGV fände ich das dann schon soweit okay bewertet. Dann hätte man dann Renditeerwartungen von, ich habe es mir schon mal angeschaut, ein bilanzierter Gewinn, nicht bereinigter, von um die 10%. Also im Prinzip so das, was hier genau 10% und dann auch dem prognostizierten Wachstum mehr oder weniger dann entsprechen würde. Insofern M3 aus meiner Sicht ja ein Halten, würde ich mal sagen. Jetzt gibt es natürlich noch andere Aktien, mit denen ich im Minus bin. Wir haben hier auch die Echtgeld-Depots. Und da gibt es, das sind ja auch Depots, in die ich investiere. Und da findet man natürlich auch die eine oder andere Aktie, die im Minus ist. Beispielsweise hier Bechtle mit knapp 25% im Minus. Habe ich auch im Firmen-Depot. Bin da natürlich auch entsprechend im Minus Diagio, Minus 21%, LVMH Minus 18%. Oder wenn wir hier hingehen, dicke Dividendendepot, das ist glaube ich CVS-Helf jetzt die Aktie, die die rote Laterne hat. Jawohl, mit Minus 14% gefolgt von der DHL. Aber das sind natürlich dann wieder so, ja sage ich nochmal kleinere Sachen. Jetzt kommen wir auch schon mal direkt so ein bisschen zum Fazit. Was habe ich für lehrend rausgezogen und was solltest du vielleicht auch für lehrend rausziehen? Erstens, wenn du investierst, gilt eigentlich so die Regel, wenn du in Aktien investierst, Shit happens, würde ich mal sagen. Man kann natürlich immer versuchen, das Risiko zu reduzieren. Wirecard und die Logan Group, das habe ich mir irgendwo selbst, zu verantworten, wer da weniger risikoavers war oder, sage ich jetzt mal, die Lunde eher gerochen hat, der hat nicht in diese Aktien investiert und natürlich auch Recht behalten. Aber nicht desto trotz, ich bin ja nicht pleite gegangen, sondern das Jahr, in dem Wirecard pleite ging, war mein bestes Jahr mit den höchsten Renditen gewesen, trotz Wirecard. Warum? Weil ich halt diversifiziert hatte. Das heißt, weil ich noch andere Aktien im Depot hatte, die es auch rausgerissen haben. Und genau das Gleiche passiert ja hier auch in den Echtgelddepots. Man sieht ja auch hier, da oben zum Beispiel, hier siehst du ja, dass wir in Summe schön im Plus sind, weil eben die Gewinner, die Verlierer überkompensieren. Das Gleiche ist auch im Startup-Depot. Auch da sind wir schön im Plus. Wir haben deutlich mehr Gewinner als Verlierer, weil wir eben auf Qualitätsaktien setzen. Und auch wenn die eine oder andere Qualitätsaktie enttäuscht, so reißen die anderen Qualitätsaktien dann das Ganze wieder raus. Das ist eines, was ganz, ganz wichtig ist. Und das andere wäre, wenn du hier Kursverluste hast, bei Wirecard sieht man das doch recht deutlich, was ich auch gezeigt habe. Also du hast daneben gelegen und du hast wirklich schon viel Geld verloren, aber es noch nicht realisiert. Realisiere es. Also als bei Wirecard klar war hier, dass wir hier einen Bilanzbetrug haben, dann habe ich mich wirklich durchgerungen, hier die Aktie zu verkaufen mit über 80% Kursverlusten. Weil hätte ich es nicht getan, hätte ich alles Geld verloren gehabt. Das heißt dann auch die 14,44 Euro pro Aktie wäre halt auch weg gewesen. Bei der Logangruppe desselbe. Es lohnt sich immer noch, die Verluste dann zu realisieren, wenn man merkt, okay, jetzt in diesem Extrembeispiel, die Ursprungsprämisse hat sich aufgelöst, du bist im Betrug aufgesessen, du kriegst aber immer noch Geld für die Aktie, dann nimm das Geld mit, weil ansonsten kann auch das letzte Geld weg sein. Was auch natürlich so ein bisschen noch immer mit reinspielt ist, wird nicht zu gierig. Das war bei Wirecard ja auch der Fall mit den hohen Optionsprämien oder bei Logangrupp auch so ein bisschen mit der extrem hohen Dividendenrendite, die es dann damals gegeben hat. Mal gucken, wie hoch die ungefähr ausgefallen ist. Und die war mal, die war echt astronomisch. Die war hier bei, ich weiß nicht, wann ich das Video gemacht habe, die war bestimmt schon zweistellig gewesen, die Dividendenrendite, 10% oder irgend sowas. Und ich glaube, ich habe hier noch ein, zwei Zahlungen gekriegt, bevor es dann komplett quasi eingestellt wurde. Also man sollte nicht zu gierig sein. Das passiert immer mal wieder. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass man immer denkt, ich bin schlauer als der Markt. Und ab und zu kann es klappen, aber ab und zu geht es halt auch in die Hose. Und dann investiert man halt dann auch entsprechend in solche Aktien. Mit damit zu tun hat, dass man auch oft auf der Suche nach der unentdeckten Perle ist. Das heißt, wir haben im Aktienfinder ja ganz, ganz viele Aktien, die wirklich unverdächtige Qualitätsaktien sind, mit denen man langfristig eine schöne Rendite erzielen kann. Aber wenn man halt dann nur so in diese Dickschiffe investiert, in diese Blutschips, die ja jeder kennt, das ist ja langweilig. Man will ja auch, weil einem Aktien Spaß machen, so ein bisschen entdecken, das eine neue Unternehmen entdecken, dann damit eine hohe Rendite erzielen. Hoffentlich vielleicht sogar der Erste gewesen sein, der den zukünftigen Tentbäcker entdeckt, so in der Richtung. Das juckt immer wieder in den Fingern. Und ich mache immer mal wieder Videos, wo ich sage, ich habe hier irgendwas Neues entdeckt, neue Wachstumsaktien entdeckt, unentdeckte Perle entdeckt oder so irgendwas. Und klappt auch immer mal wieder. Also ich habe mir auch andere Aktien hier aufgeschrieben, wo sicherlich auch der eine oder andere dann investiert und seinen Schnitt gemacht hat. Weil er die ja vielleicht immer noch im Depot hat. Zum Beispiel hier Bese, Halbleiterhersteller, im Schatten von ASML, habe ich am 11.09. analysiert. 2022 seitdem 42% Rendite per anno. Celler Vision am 19.04. Hätten euch mir aufgeschrieben, 26% seitdem per anno. Lotus Bakeries habe ich auch mal analysiert gehabt. Hätte keiner auf dem Schirm. 22.03.2019 32% per anno, beziehungsweise knapp 400%. Also das klappt auch. Aber man muss sich halt dessen bewusst sein, dass man eher so auf die unentdeckte Perle setzt. Und dann auch noch sich so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, leicht ambitioniert von der Gier auch etwas leiten lässt. Dann kann es dann auch mal sein, dass es ins Auge geht. Genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Dann investiert das meiste eures Geldes eher in solide Qualitätsaktien. Die können gerne unterbewertet sein, beziehungsweise attraktiv bewertet, oder wenigstens nicht massiv überbewertet, wenn ihr sich mit einem Aktiensparplan macht, diversifiziert. Und ich denke, das ist Trumpf. Dann wird es euch so gehen wie mir. Mit den Echtgelddepots, mit meinem Firmendepot und auch mit meinem anderen Privatdepot, ihr werdet von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Und wenn ihr dann halt mal daneben gelangt habt, so wie ich, dann ist es halt auch ärgerlich, aber kein Beinbruch. In diesem Sinne, ich hoffe, es war interessant. Ihr könnt ja mal, wenn ihr möchtet, unten in den Kommentarbereich eure Katastropheninvestments vorstellen und vielleicht auch noch mal reinschreiben, wie das Gesamtjahr, als dieses Katastropheninvestment getätigt wurde, für euch dann gelaufen ist. Ob das vielleicht auch schon so gut diversifiziert war, dass ihr gesagt habt, okay, ich konnte das einfach abschreiben. Mich sei geärgert, aber im Nachhinein läuft immer noch. Okay, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp einer unentdeckten Perle. Kleiner Scherz. Bis zum nächsten Video. Ciao.